Ich hole mir jetzt erstmal eine richtig gute Spitzhack, was ist denn hier das beste WTF-Effizienz 8? Hey Leute, ich bin's für heute und willkommen zu einer weiteren Folge Equals zusammen mit dem Dr. Banks. Hallöchen! Oh, wir haben Double-Telz auch. Und das ist, Leute, wirklich ein mega cooler Spielmodus. Vielleicht denken sich die einen oder anderen, was ist denn das für ein random Spielmodus, aber der hat's wirklich in sich. Und zwar spielen wir auf dem Crewcraft-Server und das ist für die Amis sowas wie für uns Bad Wars. Und statt Bronze-Spawner haben wir hier zum Beispiel Eisen-Spawner, dann gibt's statt Gold-Dia-Spawner hier und es gibt aber auch dafür Gold-Spawner und man kann sich hier im Shop einfach die Sachen upgraden. Das Ganze ist jetzt so, ich hab hier momentan noch keinen Rang und mit dem Rang, da kann man richtig geile Sachen voten für verschiedene Modi hier in diesem Spielmodus. Also nochmal, hier in diesem Spielmodus kann man die Items verändern, wenn man die halt votet. Jetzt ist zum Beispiel, wie man auch hier am Anfang gesehen hat, Overpowered-Items an. Der Double-Health, it was voted for the most. Und hier zum Beispiel kann ich mir jetzt einfach Instant mit 5 Eisen ein Schärfe 2 Holzschweig kaufen. Und Leute, die Items sind halt an sich hier so overpowered und es gibt zum Beispiel auch den normalen Egg-Wast-Modus, der halt normale Items beinhaltet, wie zum Beispiel bei uns halt in Bad Wars. Diese Runde wird halt jetzt für die Overpowered-Items gewartet und echt ne geile Sache. Und wenn man's macht, du kannst... Bin in der Mitte! Nice. Und ja, statt des Bett muss man natürlich auch hier das Egg einbauen. Ja, die Generatoren in der Mitte sind von Standard aus schon Stufe 3. Was? Okay. Also man kann die auch hier upgraden. Wenn ich zum Beispiel hier 10 Diamanten einmache, kann man den schneller machen. Das schneller Gold-Spawn hier. Das ist auch krass cool gemacht. Hier ist zum Beispiel das Egg. Und das muss man einfach nur mit der Hand hier anklicken und dann das abbauen. Und das ist wirklich krass. Alter, ich bin so rich! Ich hab 200 Eisen, 30 Gold, 4 Diamanten. Oh mein Gott, okay, okay. Nicht sterben. Nicht sterben. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Okay, und da baut er schon mit dir, äh, mit Obsidian ein. Also das kann wirklich... Hä, ich kann nicht essen? Dafür ist das normal? Ah doch, jetzt geht's. Hat rumgebracht. Ich kann mit einem Goldapfel zum Beispiel Instant snacken. Dann hier bessere Rüstung kann ich natürlich auch holen. Schutz 5 Rüstung, Leute. Schaut euch die an. Äh, wir sind orange. Wir sind orange. Wir sind orange. Mit groß orange. Okay, und das ist wirklich ein cooler Spielmus, falls es euch gefallen hat. Alter, ich komme mit 300 Eisen nach Hause. Nice. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Eisen. Da ist übrigens einer bei... Oh nee, das ist unser Team. Jetzt gucken. Okay. Ich update mal die Eisenspawner hier in den. Ja. Also falls ihr mehr von dem sehen wollt, falls ihr mal so die overpowered Items sehen wollt, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ich kenne jetzt einen. Ich auch nicht. Jetzt! Weißt du, wie viele Schläge der gebraucht hat? What the fuck? Mein Gott, das sind Gegner bei uns. Ah nee, Moment. Ich bin in einer anderen Base. Ups. Oh mein Gott. Wir brauchen mal 10 Diamanten, Alter. Das ist ja immer mega teuer. Oh Gott. Ich bin bei denen in der Base. Mal schauen, ob ich ein Bett abbauen kann. Wir können dir. Nein, kann ich nicht. Mein Schwert ist kaputt. Ich muss mir eine Spitzsacke draufschlagen. Nee, weißt du warum? Die haben das mit Obsidian eingebaut. Die Spitzsacke ist locker zu kacke. Deine Eisenspitzsacke warst du, ne? Ja. Ja, die habe ich immer. Nee, Obsidian. Da brauchst du ja sogar dir. Ich glaube Obsidian, ja. Fuck. Oh Mann, ja. Ich gehe jetzt einfach mal weg. Nee, die kriege ich so nicht dauernd. Ja, wir spielen hier übrigens in 1.9. Aber, was man dazu sagen kann, in dem 1.8 Modus. Also das gibt es auch noch. Und das ist auch cool. Und ich kann mir eine scharfe 2 Eisenspitzsacke kaufen. Und da kann man sich echt richtig krasses Zeug kaufen, Leute. Schaut euch das an. Es geht noch besser. Und dazu mehr in anderen Folgen. Ich hole mir jetzt erstmal eine richtig gute Spitzsacke. Was ist denn hier das Beste? What the fuck? Effizienz 8. What the fuck ist da los? Effizienz 8? Ich hole mir jetzt eine Effizienz 2 Spitzsacke. Eine Dia. Ja, hier ist Obsidian. Ist das das? Ja, das ist es. Hab's. Was? So schnell? Was? Ich wollte es abbauen. No. Okay, dafür schlage ich jetzt die Gegner raus. Easy. Und selbst mit 20 Hertzleute brauchen die ein bisschen. Okay, den ersten habe ich. Wenn sie keine Rüstung haben, dann geht es aber. Ja, jetzt hat er Rüstung schon an. Ich muss den raus schlagen, sonst geht es nicht. Es gibt auch Tränke, ne? Der hat das irgendein Tränke gehabt bekommen. Okay. Ja, ja, klar. Okay, der Nächste ist auch draußen. Oh Gott, da kommt auch noch einer. Ja, der ist low von mir. Weil, ey, lol, der hat irgendwie Sprungkraft oder so. Der Jump irgendwie so komisch. Ja, der hat einen Trank. Ah, der ist low von mir. Wir dürfen das nicht mehr. Ja, aber wie low meinst du? Ja, die Hälfte vielleicht weg oder so. Okay. Alter. Die gönnen sich halt die Dias jetzt hier in der Mitte, ne? Ja, das stimmt. Locker sind die dann mega OP. Ja, den Dia-Spawner aufzuwerten? Na. Das ist nicht so, ne? Ne, glaube ich auch nicht. Der steht halt in der Mitte. Okay, ich bin bei einem Brett. Okay, der geht raus, der geht raus. Bei einem Bett wahrscheinlich, Phil, oder? Ja, 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 ja. Bei einem Egg, meinst du? Ja, bei einem Egg. Ich hab's gleich geschafft. Da hab ich's. Glauben die Leute ihre Items, wenn man sie tötet? Nee, oder? Nee. Das wär auch zu OP. Mein Schwert ist kaputt. Da ist noch einer von Purple, den ich jetzt rausgehauen hab. Ich bin jetzt bei einem anderen Egg schon. Wenn ich das abbaue, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist nice. Easy abzubauen. Sehr schön. Nice. Okay. So. Und der hat ein Eisenschwert, aber... Dann hol ich ihn mal. Und mir mal. Also, Leute, ihr seht schon, das macht extrem Bock. Das bockt meiner doch. Finde ich auch. Nee, komm, den schlag ich runter. Nein, Mann. Und da ist er noch so. So, ich bin jetzt ziemlich gut equipped eigentlich. Oh, der kommt ein roter zu uns. Okay. Und den hab ich auch raus. Ist es unser Team da oben? Ich glaube schon, oder? Oder ist es blauer? Nee, blau hat ja kein Weg in die Mitte. Ach, geht? Äh, gelb noch nicht. Ja, hab keine... Ich hab blau leben, aber auch noch dran. Jetzt kann die blau sein. Ja. Weil ich hab grad einen blauen runtergeschlagen. Und ich hab noch ein bisschen, ob Egg Wars älter ist als Red Wars. Mich auch. Also, ob es den Modus schon länger gibt, kann schon sein. Aber es macht so Bock. Kann schon sein, dass es den länger gibt. Kann sein. Ich bin jetzt gerade beim Diamond Generator. Also, Rush gibt's quasi hier vom Red Wars. Ja, klar. Also, die haben das hier halt einfach nur anders aufgezogen. Was für uns halt Bronze ist, ist für die Eisen. Was für uns Gold ist, ist für die Dears. Und Gold ist halt nochmal so ein kleines Upgrade zum Eisen. Und ich brauch jetzt nur noch sechs Dears. Gold. Schauen, was es bei Bogen alles gibt. Ja, perfekt. Ein starker 3-Bogen. Oh, Leute. Nice. Okay, sehr schön. Oh, der zieht verdammt viel Arbeit. Und jetzt Pfeile kaufen. So, was kann ich hier für Pfeile kaufen? Man kann sogar Spectral-Pfeile kaufen. Leute, schaut euch das an. So nice. Und Langsamkeit auch. Ich hab's. Oh, ich geh jetzt auch zu Team Blau passend. Da ist noch ein Häkchen neben Gelb. Aber ich hab das Eck-Safe abgebaut. Ja, das stand auch im Chat. Nein, vielleicht ist es ein Bug. Nein, vielleicht ist es ein Bug. Wegen der 1.8. Ich weiß es nicht ganz. Oder vielleicht kann man das irgendwie retten oder so. Nee, ich glaub nicht. Ja, aber das war ja bei mir auch schon mal so, ne? Ach so. Aber ich hoff mir jetzt mal nicht. Ich hoff jetzt mal stark nicht. What the fuck? Wir hatten einen OP. Ah, nee. Ich hab ihn gekillt. Der ist gestorben. Der Gelb. Glaub ich. Okay. Oder? Nee, es sind immer noch vier da. Da check mal nach, ob ihr Eck wirklich weg ist. Ja, ich glaub schon. Also, ich bin hier, glaub ich, beim Eck. Alter, hier wird so hart auf einen geprügelt. Ist ja nicht mehr normal. Nein, er hat den anderen bekommen. Fuck, ich muss hier weg. Der hat ein Eisenschwert. Der fliegt einfach nicht runter. Er kriegt echt so wenig Fallschaden. Kannst runterspringen wie der Wilds vergangen. Ja, ach nee. Ich versuch jetzt mal eins zu bekommen. Mal schauen, ob der respawnt. Sonst ist es komplett broke. Nee, nee, der eine. Ich hab ja schon einen getötet von Gelb. Der ist gerespont. Also, Leute, normalerweise geht das natürlich auch nicht so lang so ein Kampf. Das ist wirklich nur, weil overpowered ausgewählt ist. Ja, doppelte Herzen halt. Ja. Das dauert natürlich doppelt so lang, ne? Ja, ich kann nicht checken. Stimmt, das kann man auch ohne doppelte Herzen machen. Gibt auch overpowered Items mit normalen Herzen. Ja. Aber ich hab keine Spitzhacke gemacht. Ich ideot. Ja, safe weg. Safe weg. Ihr kennt doch einer aus unserem Team. Okay. Ich geh jetzt mal zu einem blauen, der... Naja, die spawnen nicht. Also, die wir spawnen, so. Ja, nein. Geiler Bug. Bug? Riesenbug auf Server? Riesenbug auf GOMAD.net. Tja, nur in Amerika. Ist nicht GOMAD, aber Judo, Alter. Doch. Der hostet jetzt aber woanders. Oh mein Gott, wie viele Leben hat der noch? Ich will nicht getötet werden von dem Alter. No. Ich bin gestorben. Nein. Ich wollte zurückgehen und mit dem Bogen den abschießen. Wow. Einer ist gestorben. Der Chris, der. Und der ist respawned. Ja, wow. Ich glaub, dann war's das jetzt für uns. Ja, das ist ein Bug. Den hatte Phil davor schon mal in der Private Round. Genau. Aber, naja, Freunde. Wir haben, also wir hätten safe gewonnen, weil wir das Bett ja auch abgebaut haben. Wir haben die Spieler dann auch ein paar Mal gekillt. Das heißt, eigentlich, so, ist. Achso. Bug, GG, we are immortal, lol, Bug. GG, we are immortal, lol, Bug. Ja, schreibt er selbst auch. Ja, okay. Der ist aus Team Gelb. RIP. Okay, Freunde, ich würd sagen, dann war's das mal so. Das mit diesem Video. Geil. Ich glaube, das passiert, ehrlich gesagt, nur in dem 1.8-Mode. Das gibt's halt natürlich auch für die 1.9 dieser Eggwars-Modus hier. Natürlich auch mit Overpowered-Items. Weißt du, wie lange du bräuchst, ist es in der 1.9 jemanden mit doppelten Herzen dauernd? Ja. Eine Woche, Alter. Das war mega ab. Na gut, Freunde, falls ihr mehr davon sehen wollt, auch mit solchen anderen Items und so, da kann man echt coole Sachen wirklich mitmachen. Also mitmachen mit diesem Modus hier. Lasst einfach mal ein Like da und wir haben eigentlich gewonnen. Also, finde ich schon, dass wir gewonnen haben. Aber wir können jetzt nichts machen. Ja, die liefen jetzt schon aus. Wir müssen jetzt halt so lange warten, bis die quitten, was die locker nicht machen werden. Ich sag ja einfach mal in diesem Sinne schon mal ciao, liebe Freunde. Dann sehen wir uns ansonsten morgen wieder im neuen Video. Und schaut bei Dr. Banks vorbei unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.